Neun Wochen Sommerferien sind eine lange Zeit. Damit bei den Kindern im WAG Wohngebiet keine Langeweile aufkommt, findet heuer bereits zum vierten Mal das beliebte Ferienangebot Fun im Park statt. Für Kinder bis zu zwölf Jahre bietet die WAG gemeinsam mit den Kinderfreunden in Linz, Öd und Ebelsberg eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung an. Wild her ging es im Innenhof Schnitzlerweg Hoffmannsthalweg unter dem Motto Piraten. Knotenspiel gemacht und gebastelt und geschminkt. Es macht Spaß hier. Von 6. bis 23. August wird an zwei Nachmittagen pro Woche gebastelt und gespielt. Rund 150 Kinder machen jeden Sommer bei der Aktion Fun im Park mit. Das Projekt Fun im Park gibt es mittlerweile seit 2009 und wir sind immer im Sommer in den ersten drei Augustwochen vor Ort in zwei Standorten. Das eine ist hier in Ebelsberg und das andere ist in Öd. Und wir machen mit den Kindern ein Spiel- und Freizeitprogramm. Wir machen Angebote, damit sie sich im Park treffen können und auch spannende Freizeitnachmittage in den Ferien erleben können. Es ist ein kostenloses Angebot, weil es wird komplett finanziert von der WAG. Der Sinn von dem Projekt ist, dass einfach Kindern eine sinnvolle Freizeittätigkeit geboten wird, also Möglichkeiten einfach auch die Nachmittage schön zu erleben, Freundschaften zu knüpfen, sich in der Siedlung auch kennenzulernen, auch nicht nur Nachbarn hat, sondern auch Freunde vor Ort. Und die kann man bei solchen Projekten, solchen Gelegenheiten halt auch finden. Spielen, kreativ sein, Freunde treffen. Bei Fun im Park ist dies noch bis 21. August in Linz-Öd und bis 23. August in Linz-Ebelsberg möglich. � Es ist noch immer zusammengen, Ellie. Bis zum nächsten Mal! im